Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. So schön, dass du wieder bei meinem Podcast mit dabei bist und dass du dir meine Folge anhörst. Ich möchte mich erst mal bedanken für die vielen Glückwünsche zu meinem dreijährigen Podcast-Jubiläum und auch zu meinem Geburtstag. Danke, 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 danke dafür. Auch danke dafür, dass ihr den Podcast toll findet, dass ihr ihn gelobt habt, auch für neue Vorschläge für Podcast-Folgen. Ich bin echt mega dankbar dafür. Und wie ich schon in einem meiner letzten Videos mal gesagt habe, in meinem Magic Morning auf YouTube, dass sich einfach Kontinuität auszahlt und ich merke das tatsächlich immer mehr und das erfüllt einfach mein Herz, weil es gibt mir einfach das Gefühl, dass ich die Dinge nicht umsonst mache, sondern dass es tatsächlich am Ende auch irgendjemand interessiert. Man will ja auch die Menschen erreichen. Ja, heute komme ich mit einem tollen Thema zu dir, nämlich ich möchte einfach in dieser Podcast-Folge nochmal über das Geschenk der Tierkommunikation sprechen und auch dir eine Möglichkeit bieten, wie du vielleicht auch das für dich lernen kannst. Ich habe nämlich Ende November einen dreitägigen Kurs, wo du die Tierkommunikation lernen kannst. Wir machen da mega coole, tolle Sachen. Das wird Montag, Mittwoch und Freitag sein. Und das Gute ist oder das Schöne, du bekommst das für 49 Euro. Also das ist echt ein Schnäppchen, sage ich jetzt mal, die Tierkommunikation für diesen Preis zu lernen. Ursprünglich wollte ich es eigentlich kostenlos machen, aber meine Erfahrungen jetzt bei dem letzten kostenlosen Seminar sind gewesen, dass sich unglaublich viele Menschen anmelden, aber das Commitment dazu einfach nicht die Hälfte. Ja, die Hälfte kommt, ist live mit dabei und die andere Hälfte tut es eben nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay gut, dieses Mal mache ich es mit einem kleinen Obolus, weil ich einfach dir auch die Möglichkeit geben möchte, dass du für dich ein Commitment hast. Also das heißt, wenn dich das interessiert, dass du dann eben auch live mit dabei bist. Und sobald wir unseren Geldbeutel aufmachen müssen, in Anführungsstrichen, ist es tatsächlich so, dass man dann dran bleibt. Und ja, solltest du Lust dazu haben, dann kannst du dich dafür anmelden. Aber jetzt geht es einfach los. Ich möchte jetzt über das Geschenk der Tierkommunikation sprechen. Und für mich, für mich persönlich, als ich die Tierkommunikation kennengelernt habe, ist für mich eine Welt aufgegangen, von der ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte. Und da treibt es mir auch fast schon die Tränen ins Gesicht, weil das für mich lebensverändernd gewesen ist. Das ist für mich so lebensverändernd gewesen, dass ich aus meinem alten Konstrukt, ja, so nach dem Motto, also es ist einfach in alle Lebensbereiche, hat sich da für mich eine Welt aufgetan, von der ich vorher einfach nichts wusste. Und vielleicht schon die Fantasie davon gehabt habe, aber tatsächlich nichts von wusste. Und seitdem ist es einfach für mich das allergrößte Anliegen, dass ich Menschen inspirieren möchte, auch diese Welt zu betreten. Und es ist einfach so, dass unser Verstand uns ganz oft sagt, das ist Fantasie, das sind Fantastereien, das ist Zauberei oder das ist einfach nur Illusion. Und ich kann dir aber sagen, dass das überhaupt keine Illusion ist. Denn ich erlebe täglich, wenn ich mit Tieren spreche und mir die Menschen Feedbacks geben, erlebe ich Wunder, also Wunder in Anführungsstrichen, wo ich mir manchmal denke, holy shit, das geht doch nicht. Also das kann es doch jetzt echt nicht sein. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen und ich hoffe, es ist in Ordnung für meine Klientin, die ich begleite. Ihr Hund macht sich auf dem letzten Weg und sie haben eine sehr, sehr, sehr ähnliche Verbindung. Ja, das ist ein Seelenhund und wenn du auch schon mal ein Seelentier hattest und das verloren hast, dann weißt du, wie schlimm das ist, die Vorstellung davon, mit diesem Tier nicht mehr zu sein. Und ich habe schon sehr oft mit diesem Hund gesprochen und immer wieder kam einfach auch raus und auch die Klientin spricht mit den Tieren, also das heißt, sie kann selber auch mit ihrem Hund sprechen. Und da kam einfach ganz oft raus, dass sie wiederkommt. Und es ist so, dass dieser Prozess des Sterbens jetzt doch schon eine echt lange Zeit geht für etwas, wo die Medizin sagt, naja, das geht vielleicht zwei Wochen oder so. Und das sind aber jetzt schon sechs oder sieben Wochen, wo sich dieser Prozess hinzieht. Also unglaublich. Und es gibt einfach auch diese Phasen und Momente, die halt einfach auch anstrengend sind. Und der Hund wünscht sich aber selber zu gehen. Und letztens sollte ich nochmal mit dem Tier in Kontakt treten und einfach mal nachfragen, ob es immer noch der Wunsch ist, selbst zu gehen. Und da bekam ich eine Antwort von dem Hund, die gesagt hat, sie bereitet schon alles vor für das Wiederkommen. Und dass es einfach deswegen noch Zeit braucht. Und das ist so krass, weil ich ein, das habe ich ihr mitgeteilt, dass ich auch dieses Gefühl habe, als wenn da schon was in Gange wäre. Und ich habe jetzt im Nahhinein erfahren, dass tatsächlich schon die Dame mit jemandem Kontakt hat, die ihr Welpen anbietet. Und die Daten dieser Welpen, das ist einfach alles so ein Spiel, das ineinander spielt. Ja, also Geburtstag ist zu einem bestimmten Tag, wo man damit was anfangen kann. Also all solche Puzzlesteine sind schon da. Und für mich fühlt sich das so stimmig an, dass auch da schon ein Tier ist, welches dann auch, wo die Seele des Hundes, der jetzt noch auf der Erde ist, dorthin inkarniert. Und vielleicht kommt dann jetzt hier schon deine nächste Frage und du denkst dir, okay, wie kann das sein? Das Tier lebt noch, die Tiere sind schon auf der Welt. Wie kann denn eine Seele da noch in den Körper schlüpfen? Ja, doch, es gibt Seelentausch. Und das sind Absprachen, die Seelen miteinander haben. Und ja, da kann ein Switch stattfinden. Und ich habe das schon ganz oft erlebt und da geht es nicht. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Zeit ist nicht linear, sondern Zeit ist, also es gibt verschiedene Zeitspuren, die gleichzeitig stattfinden. Und in dieser anderen Spur ist eben diese Seele schon in diesem Körper drinnen. Und dann sind sie auch immer nur Seelenaspekte und nicht der ganze Teil der Seele. Also von daher ist es alles richtig, genauso wie es ist. Und das sind einfach für mich so diese Momente, diese Geschenke, wo ich mir denke, wow, krass. Und natürlich gibt es auch die anderen Momente, die man manchmal nicht versteht, wo man vielleicht auch keine Erklärung dafür hat. Aber Tierkommunikation kann einfach so heilsam sein für alle Beteiligten in jeder Situation. Und ich will ja nochmal darauf zurückkommen, warum das ein Geschenk ist. Also für diese Klientin ist das auf alle Fälle ein Geschenk, hier auch immer in Kontakt mit ihrem Tier sein zu können und zu wissen, okay, auch wenn vielleicht am Ende sich das Tier anders entscheidet und man vielleicht doch den Weg der Einschläferung geht, weiß sie, dass sie einfach das Richtige tut in diesem Moment. Und dass jetzt aber alles noch genauso gut ist, denn weißt du, gerade wenn wir ein Tier auf dem Sterbeweg begleiten, das ist nicht einfach für uns. Das ist unglaublich kräftezehrend. Ich habe das auch schon miterlebt. Und du kommst da teilweise wirklich emotional auch an deine Grenzen. Und da auch wirklich dran zu bleiben, das erfordert unglaublich viel Mut und Kraft. Und da gibt es auch diese Momente, wo man einfach sich manchmal nicht sicher ist, ob das noch der richtige Weg ist. Ja, weil einfach der Kopf immer sagt, das geht doch jetzt nicht mehr. Du kannst nicht mehr, das Tier kann nicht mehr und so weiter und so fort. Und trotz alledem ist es so, dass diese Momente auch wieder schnell vorbeigehen und hier in Kontakt sein zu können. Das sind einfach die wunderbaren Geschenke, die da sind. Geschenke auch wenn, ich habe mal ein Seminar gegeben und da war ein Herr. Und oft ist es ja nicht so, dass Männer auf Tierkommunikationsseminaren sind, wobei die schon auch immer mehr werden. Aber es war ein einziger unter, keine Ahnung, 20 Frauen. Und er hat hinterher ein Feedback gegeben und das fand ich so interessant. Denn wir haben mit den Tieren gesprochen, die haben geübt. Und er hat danach gesagt, für ihn war die krasseste Erfahrung das gewesen, dass ein einziger Tag sein komplettes Weltbild umgekrempelt hat und auf den Kopf gestellt hat, weil er gesehen hat, was möglich ist, weil er gesagt hat, das kann kein Zufall sein, wenn Menschen etwas empfangen von einem Tier und das die Wahrheit ist und auch Dinge, die man einfach sich nicht mit dem Kopf zusammenreimen kann, die die Wahrheit sind. Und er fand das so faszinierend und er hat gesagt, das ist eigentlich das größte Geschenk, wenn einem so etwas passiert und auch die Dinge dann eben in Frage zu stellen, wo er vorher gedacht hat, genau so ist es. Und das war für mich eines der wertvollsten Feedbacks, die ich bekommen habe, weil das genau das ist, was mich bestätigt in dieser Welt. Und auch Klienten, die sagen, es gibt scheinbar mehr zwischen Himmel und Erde, dass man einfach nicht greifen kann. Und wir müssen es nicht immer mit dem Verstand verstehen. Wichtig ist, dass wir es mit dem Herzen glauben. Und diese Geschenke, die dann entstehen auch für diese Menschen, das ist ja nicht nur in Bezug auf die Tierkommunikation, sondern du fängst ja an, alles zu überdenken. Du fängst ja an, ganz viel zu überdenken, ob das immer richtig ist oder ob es ein richtig und ein falsch gibt. Ich habe es ja schon öfter mal erwähnt, dass die Tiere mir zum Beispiel tatsächlich beigebracht haben, dass es eben kein richtig und kein falsch gibt, weil es immer darauf ankommt, wie ich etwas bewerte und wie ich etwas beurteile, welche Ansicht ich auf etwas habe. Und das kann bei dem einen so sein und bei dem anderen ganz anders. Und das hat nicht nur was mit den Tiergesprächen zu tun, sondern das ist mir wirklich in all meinen Lebensbereichen total hilfreich. Das macht einen nicht mehr so eng. Du hast nicht nur eine Meinung, sondern du lässt auch andere Meinungen zu, was natürlich wieder sehr hilfreich ist, wenn du in Beziehungen mit anderen Menschen bist. Und dann auch aus dieser Wertigkeit auch rauszugehen. Das sind die Geschenke der Tierkommunikation. Natürlich hast du auch das Geschenk, dass du mit deinem eigenen Tier in Kontakt sein kannst. Dass du coole Botschaften für dich bekommen kannst. Dass du auch dadurch lernst, Dinge vielleicht ein Stück weit anders zu sehen. Und die vor allen Dingen, wo du eine krasse Bewertung drauf hast und wo du denkst, oh Gott, das war jetzt total ungerecht gewesen, um von deinem Tier eine Sichtweise zu erhalten, die das in Frage stellt, ob das denn jetzt wirklich so ungerecht gewesen ist. Sondern wenn man es vielleicht auch von einer anderen Warte betrachtet, es eben dann vielleicht gar nicht so ist. Und so hat für mich die Tierkommunikation ganz oft eben diese Geschenke, diese Glücksgeschenke. Und mein Traum ist es einfach, dass die Menschen, die ein Tier haben, auch dieses Geschenk für sich nutzen können. Dass sie dieses Geschenk für sich annehmen, dass ihnen einfach vor die Füße gelegt wird. Und Menschen, die dann auch sagen, okay, ich schalte jetzt einfach mal meinen rationalen Verstand aus, der mir sagt, es geht nicht. Und ich öffne mich mal für eine neue Welt und schaue einfach, was diese Welt für mich für Geschenke bereithält. Das wäre eigentlich die richtige Herangehensweise. Und schau mal, was könnte dieses Geschenk für dich beinhalten? Was könnte da in deiner Welt sich verändern? In eine Großartigkeit, an die du vielleicht jetzt überhaupt gar nicht denkst, dass das möglich ist, die so viel größer ist, als alles, was du dir vorstellst und erträumst und die Dimensionen für dich aufmacht, von denen du gar nicht wusstest, dass es diese Dimensionen gibt. Und was wäre, wenn das tatsächlich die Wahrheit ist und einfach nur dein Kopf dir sagt, es geht nicht und du deswegen dieses nicht erlebst? Ich bin ja immer jemand gewesen, der gesagt hat, okay, bevor ich nicht etwas ausprobiert habe, erlaube ich mir darüber kein Urteil, sondern ich mache es. Und das heißt nicht, dass ich nie Urteile über irgendetwas oder auch nicht Ansichten habe über etwas. Nein, das heißt, dass tatsächlich manchmal einfach nur ein kleiner Impuls da sein muss, um die eigene Welt größer zu machen. Ich hatte ja zum Beispiel sehr, sehr starke Bewertungen in Bezug auf Züchter und ich wollte nie ein Tier von einem Züchter haben. Und als aber meine Safi gestorben ist, war dieser Impuls da, dass ich diese Erfahrung machen muss, weil ich sonst überhaupt gar nicht mitreden kann. Das ist ja nur das, wie wir es uns vorher als richtig und falsch interpretieren. Und ja, das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bereue sie auch nicht. Ob ich diese Erfahrung nochmal machen würde, das weiß ich nicht, aber in dem Moment war es auf alle Fälle das Richtige. Und jetzt habe ich auch diese Erfahrung gemacht und weiß, wie meine Erfahrung dazu gewesen ist. Und die war nicht so schlecht, wie ich vorher die Ansichten dazu hatte. Ja, das Geschenk der Tierkommunikation ist so vielseitig und so riesengroß, dass ich tagelang darüber erzählen könnte, was ich alles erlebt habe, welche Welten sich aufgetan haben, welche Veränderungen für Klienten gekommen sind, wie viel Heilung passiert. Und ich erlebe das ja auch immer wieder in meinen Kursen, in meinen Seminaren, in meinen Ausbildungen, wenn die Teilnehmer dann auch fertig sind und ihre eigenen Erfahrungen machen mit ihren Klienten und was da für wunderbare Dinge passieren. Und das ist einfach mega schön. Das ist einfach mega schön. Und ich bin immer wieder total begeistert, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, wenn ich auch merke, dass sie dieses Geschenk der Tierkommunikation annehmen, dass sie dieses Geschenk wertschätzen und dass sie daraus auch ihren größten Nutzen für sich ziehen. Und für die Tiere, für die Tiere bedeutet das etwas ganz Besonderes, nämlich eine ganz enge Beziehung zu ihren Menschen, ein Verständnis auf einer ganz tiefen Ebene, auf einer Ebene, die man vorher auch überhaupt nicht auf dem Schirm hat und dies in Worte sehr schwer zu beschreiben gilt, weil du dieses Gefühl nicht wirklich bis ins kleinste Detail beschreiben kannst. Es zeigt aber diese eine Verbundenheit, die auf einer anderen Ebene noch stattfindet, als die Verbundenheit, die du vielleicht so mit deinem Tier kennst. Ja, für mich ist es auf alle Fälle das größte Geschenk, das mir das Leben bereitet hat, weil sich dadurch mein Leben einfach so 180 Grad verändert hat oder ich weiß nicht, ob es sich auch um 360 Grad verändern kann oder um 1000 Grad oder was weiß ich, auf alle Fälle, es hat sich in alle Richtungen total verändert und das macht mich einfach so dankbar und so demütig und ich bin meinen Tieren, dem Fijek und auch der Felina so unendlich dankbar, dass sie mich auf diesem Weg so unterstützt haben, sodass ich einfach all das lernen durfte und all den Tieren, mit denen ich gesprochen habe, wo ich über den Tod lernen durfte, wo ich über Krankheiten lernen durfte, wo ich über Katzen so viel lernen durfte, obwohl ich in meinem Leben noch nie eine einzige Katze hatte oder mit einer Katze gelebt habe und trotzdem würde ich sagen, kenne ich mich mit Katzen aus. Ja, so ist es. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen einen Geschmack dafür geben, dieses Geschenk vielleicht auch für dich zu nutzen und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das kannst. Eine Möglichkeit ist eben, meinen dreitägigen Kurs zu besuchen für wirklich wenig Geld und du kannst ein Buch lesen, du kannst Anleitungen hören. Ich habe auch sicherlich irgendwo in meinen Videos schon mal erzählt, wie das funktioniert, wie das geht. Meine Erfahrung ist, dass man sich leichter tut, wenn man jemanden an der Hand hat, mit dem man gemeinsam diese Veränderung herbeiführt. die Zweifel loszulassen und diese Tür einfach gemeinsam aufmacht. Das ist meine Erfahrung und ich rede jetzt hier von über 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Also ich würde mich jetzt schon als Expertin bezeichnen. Ja, vielleicht ist es was für dich. Ich würde mich freuen und ansonsten sage ich wie immer Servus Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern.